. 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 Okay. Hi, Heidi. Ja, lecker, lecker. Sour, no? Und wenn es nicht innen, weiß es nicht. Es ist nicht weiß. Es ist zu dick. Es ist zu gross. Und es ist ein bisschen warm. Und jetzt haben wir die Krakow-Butel. Und jetzt sind wir die Krakow-Butel. Dankeschön, ihr Lieben, schönen Abend euch alle.